was geht da freunde ein wunderbarer schöner sonntag abend und was gibt es da besseres um noch ganz kurz auf die dinge zu reagieren der titel heißt wir verlassen berlin und dann schauen wir mal was das heißt hat wohl möglich was mit fußball zu tun wir gehen rein ich wollte gerne eine suppe bestellen ja eine suppe kannst du mir eine hühnersuppe machen marshaler sie ist so unfassbar süß das interessiert mich deine mama ich komme hier in den laden ich möchte eine suppe ja mit das hier ja ein stäbchen auch dazu bitte die mani das doch keine hühnersuppe ich habe eine suppe bestellt nicht fleisch am spieß was das wir laden hier ich bestelle ich bekomme ein spieß ich wollte suppe vielleicht spießt auch gut wir sehen uns morgen abend okay da wir sehen uns macht keinen scheiß ich meine junge so weiter brutal für alle die sich fragen wo ich hingehe ich habe noch eine fußballmannschaft gründe die heißt fc micro ich bin der teammanager ja was los bruder ja ruft mal an ja bolzplatz bolzplatz grüße ist unser ding ist genau unser ding ein trainer und wir haben ein sehr gutes team und wir spielen jeden montag in der baller league mit und ihr könnt immer live zugucken ich glaube daran dein team wird gewinnen zu 100 prozent wir gucken heute live zu immer wenn ich wieder komme bringe ich dein spielzeug mit ok was willst du für ein spielzeug eine koffersuppe sie zeigt jetzt wie das ungefähr aussieht mag ich Lara Übers Erica so ist ein fuchs so ist ein fuchs ich frage mich ob sie das in ein paar jahren auch so begreifen wird dass sie schon sie ist einfach ein internet phänomen halt ob sie das weiß oder nicht schon krass oder ob sie in ein paar jahren so ja weiß ich nicht will ich nicht macht mal sehen bin ich gespannt immerhin findest du ich kann gut autofahren die erleben okay wir sind beim babbeltea laden wir holen uns jetzt unser babbeltea du wartest okay war doch spaß ich komme dich holen warte ich weiß nicht also babbeltea hat mich nie wirklich gecatcht keine ahnung haben wir weiter geht's hier kann man am ende des tages sind kinder einfach wie ein schirm die saugen alles auf ob es gut oder nicht gut ist wird sich eines tages mal so so rausstellen manche rein in den laden ok leute let's go und cool imani zeigt man das foto das war so cool vielleicht kommen wir beim nächsten mal mit baba und nidal oder ich meine wir müssen nach hause weißt du warum ja bei baba ist gleich im fernseher live na das mannschaft spielt gleich werden wir uns morgen auf jeden fall aufgeben am montag ich glaubst du babas mannschaft gewinnt ich meine wenn sie verlieren werde ich nicht glauben können aber so weit wird es nicht kommen oder nein ich bin sehr aufgeregt imani ich bin sehr 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 aufgeregt ich auch und du ich glaube er ist auch aufgeregt wo ist baba wo ist baba oh mein gott war das knapp hast du gesehen was macht ihr da mann was macht ihr da mann konzentriert euch das war so spannend einfach unentschieden das war so spannend oh mein gott leute ich bin zurückgekommen und natürlich hatte ich imani das koffer dabei hallo genau den willst du haben ist schön leute meine ich ja ja die sind bestimmt unglücklich und so weiter diese diese ganzen hass kommentare diese hass verbreiterei mann lasst doch die leute einfach sein wie sie sind digga schau dir das schöne einfach an der sache an wenn du wenn das nichts für dich ist lass es einfach sein es mich aber nicht nur meine stimme verlässt mich sondern wir verlassen jetzt auch berlin wir fliegen weg berlin ich liebe dich berlin aber du liebst uns nicht berlin bye bye warte digga die nehmen mich grad haupts alter die verlassen berlin nicht oder digga wechselt ich nach england keine ahnung bist du bereit ja aber du bist noch nicht bereit wo ist dein zweiter schuh hier ist mein zweiter schuh wo ist dein zweiter schuh der schuh ist krank mein krank dein schrank Leute, wir verpassen unseren Flug. Wir müssen uns beilen. Mein Schrank. Dein Schrank. Leute, wir verpassen unseren Flug. Wir müssen uns beilen. Komm, wir holen deine Schuhe aus dem Auto. Die sind im Auto. Wir holen die schnell. Was willst du? Eins, zwei, drei. Imani, holen fliegen wir. Egal, Hauptsache weg, Alter. Du weißt das nicht. Kann man da spielen? Ja, da kann man auch spielen. Hä, wo sind deine Schuhe? Hier vorne sind die nicht. Hier hinten? Auch nicht. Warte mal kurz. Ich hab die. Ich hab die. Ich hab die Schuhe. Ich hab die Schuhe. Ich mein. Oh, beste Schuhe überhaupt. Was heißen diese Schuhe? Craigs. Die heißen Crocs, nicht Craigs. Craigs. Springen. Hier wir goooo. Los Leute, wir verpassen unseren Flug. Los. Was ist hier passiert? Ein Dodi. Was ist denn ein Dodi? Ein Dodi. Los Leute, los, los, los. Ab zum Flughafen. Imani, kannst du Englisch? Ja. Sing mal ein Lied auf Englisch. Du eine Monkees auch noch an der Bett. Komm, wenn das Tierbomben wird. Alle Doktor in der Doktor. Alle Monkees auch noch an der Bett. Da. Wo sind wir? Ja, du, Baba. Ich soll sagen, wir sind am Flughafen. Wir fliegen jetzt. Wo? Ich weiß nicht mal, wo es hingeht. Bye, bye Berlin, let's go London. London Eye. London Ciao. London Fly. Das habe ich in der Story gesehen. Die sind nach London gefahren. Ich habe den Leuten eigentlich nicht gesagt, wo wir hingehen. Egal. Ich habe gesagt, warte mal, wo ist diese Tafel? Ah, da. Uh, uh, uh. Äh, London. 221, 225. Da lang, da lang, da lang. Komm mit, komm mit. Leute, ich vermisse meine Stimme. Stimme, bitte kommt zurück. Emani, wo ist meine Stimme? Komm gleich. Das sind die harten Seiten eines Trainers, Bruder. Das gehört zum Job dazu. Wo ist sie, aber wo ist sie? Weg. Ey, ich vermisse die so sehr. Wenn du sie siehst, sag mir Bescheid, okay? Okay, Baba. Luisa, du hast da was. Kannst du dich nicht schminken? Guck mal bei mir zum Beispiel. Nichts ist verschmiert. Du schminkst dich auch nicht. Stimmt, ab nach London. Angekommen. Muss du eigentlich schon schlafen? Nein, Dicker. Nein. Aber es ist doch... Nein, ich muss trotzdem nicht schlafen. Ich bin müde, aber ich will nicht schlafen. Ich hoffe, dass ich mich nicht schlafen habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht schlafen habe. Hey, warte. Ich bin müde. Ich bin müde. Und jetzt wahrnehmen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Willkommen in London, Mann. Falls du zu London. Wir nachdenken in London. Leute, es ist 22 Uhr. Imani schlappt immer noch nicht. Normalerweise geht es ihr um 19.30 Uhr schlafen und ich habe versucht, dass sie im Flieger schläft, aber keine Chance. Aufregung. Imani, geht, geht. Das ist ganz einfach. Imani hat einfach Angst alleine auf diese Rolltreppe zu gehen. Lauf, lauf. Diesmal schaffst du es aber, okay? Diesmal schaffst du es. Imani schafft das alleine. Okay, los Imani. Du schaffst das. Nice Imani, los. Oh nein. Oh nein. Wir warten jetzt auf unseren Koffer. Unser Koffer. Wir haben alle Koffer. Here we go. Wir müssen jetzt ein Taxi finden. We need a taxi. Meine Stimme ist weg. Ich will nicht mehr reden. Ich bin müde. Ich habe keine Kraft. Und ich habe keine Stimme. Das alles nochmal auf Englisch. I'm tired. No voice. Good night. Osnab euch sagen möchte. Seine Stimme ist weg. Er kann nicht mehr sprechen. Er schont seine Stimme. Genau das wollte er euch sagen. Wir gehen jetzt etwas frühstücken. Hast du Hunger? Ich habe auch Hunger. Okay. Okay. guck dir auch immer in die Sonne um zu niesen. Gesundheit. Was jetzt in die Sonne schauen um zu niesen. Ist mir noch unbekannt. Was lass. Nicht reden hast du gesagt. Ich hoffe du willst deine Stimme schon. Das Ding ist du bestellst nicht richtig. Ja ich kann kein Englisch. Guter. Ich habe ernsthaft gerade zehneinhalb Minuten geschaut um zu verstehen warum die Berlin verlassen. Ob der jetzt endlich einen neuen Club hat. Ob der irgendwo unterschrieben hat oder sonst irgendwas hat. Es ist noch nichts darüber gefallen Alter. Was ist denn los. Es natürlich macht Spaß. Alles gut. Ich schaue sie seit drei Jahren an. Hin und her. Aber jetzt packen wir mal hier aus. Alter. Willst du jetzt die letzten zehn Sekunden sagen. Ja. Ich fahre aus Berlin. Und tschüss jetzt oder was. Schmeckt gut. Kannst du mir helfen, dass meine Stimme wiederkommt? Ja. Ich will einen Kuss. Guten Morgen. Was ist los? Deswegen hat sie sich so gefreut. Ich dachte sie will zu ihrem Bruder. Aber Coco ist wieder da. Und weißt du wer noch wieder da ist? Wer? Meine Stimme. Ja. Ey wo war Coco so lange? Er hat die Coco-Bäuse gemacht. Coco. Coco du warst lange nicht mehr da Coco. Wo warst du? Wo warst du? Ich habe den Fabius-Bubbel. Sogar Coco ist wieder auferstanden. Bevor ich erfahren habe, was hier passiert ist. Oder warum die jetzt Berlin verlassen. Hat er einen Coco-Ball gemacht? Aber die ist lecker. Ach man. Wie wir dich vermisst haben. Und wann die richtig tragen wird. Dem hier noch. Er hat eingeschlafen. Also vielen herzlichen Dank an Nader und sein Team. Und an die gesamte Familie. Dass ich die Hoffnung hatte zu erfahren, was jetzt mit seiner Fußballkarriere weitergeht. Und ich habe mir das jetzt um halb zwei Uhr in der Nacht angeschaut. Darauf reagiert. Um elfeinhalb Minuten ein Video zu schauen, wo ich nicht erfahre, warum ihr Berlin verlässt. Starke Leistung. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja Freunde. Auch wenn ich mies inspiriert wurde gerade von diesem Video. Was mich komplett aufgeklärt hat. Danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren, teilen nicht vergessen. Kommentiert. Dass ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gehypt seid. Was nächste Woche in London passiert. In dem Sinne. Peace.